So, wir beginnen jetzt mit dem dritten Video vom Master Steirer. Wir sind jetzt auf der dritten Reihe in der Grundstellung. Vierte Finger, der Ringfinger ist wieder oben. So, dann einen kleinen Vorschlag machen wir im Drücken. Genau. Und jetzt einmal ziehen mit vierten, fünften. Ob Sie es kriegen? Die Oktave kann ich viel besser spielen. So. Und von vorne. Aufpassen, ziehen. Vierter, fünfter. Oktave, da bin ich nämlich schon oben. Das war jetzt die Triole zum Schluss, der Abschluss. Jetzt fangen wir noch einmal an. Ich habe es jetzt gesehen, fünfter vor ist. Ja, sehr gut. Drücken. Ja, genau. Jetzt machen wir die Tirole. So, das war jetzt das dritte Lernvideo zum Master Steirer. Aufpassen, gut. Mit dem vierten, fünften Finger spielen. Weil da bin ich genau dann mit dem vierten dann beim Ziehen oben auf die Oktave. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche viel Spaß und gutes Gelingen. Aber ich kann das wiedersehen. Vielen Dank.